hallo herzlich willkommen meine lieben freunde zur nächsten folge minecraft staffel 6 wir sind ja im gericht und haben schon ordentlich viel geschafft letzte folge von der einrichtung her und jetzt kommt hier noch ein bisschen der feinschliff wo man zum beispiel hier aus der wand den stein noch mitten ausnehmen und den ersetzen ich dass das dann später ein bisschen blöd ausschaut gleich machen wir auch auf der anderen seite so so und so und so und so können wir den koppelstein nicht mehr aufnehmen denn ein granit der tut uns das vermasseln können wir irgendwas decken das mit dem wedstern tun so mal den granit erstmal weg so und tu mal hier das teil doch mal einen nach hinten bauen hier so ist doch einzelner dran ich habe das jetzt noch nicht so im live gesehen als wenn er hier sitzt und der hier sitzt kann eigentlich gar nicht sehen deswegen mache ich mal hier den da zack zack warum das doch mal nicht so hoch und lassen wir hier wieder ab machen das bodest noch ein bisschen höher und tun das ja mal wieder abreißen so so sagen wir anders in erinnerung so ein bisschen anders in erinnerung hier obwohl die höhe ja eigentlich gar nicht mal so übel war und ich weiß nicht ob man das auch als stehgericht machen kann als stehgericht jetzt kann man den angeklagten besser sehen das müsste man aber auch einen erhöhten stuhl bauen das heißt das heißt ich setze einfach nur ein das heißt ich setze einfach nur ein prompeln machen das einfach so so steht der richter dann hier und verkündet das urteil und hier daneben bauen wir ja das muss ja noch alles geändert werden wasser Wassereinfluss zack 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 so 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 ein Rohbruch ist ja im gericht entstanden subruch Wasserrohbruch hier durch das gewässer man könnte das gewässer ja auch frei legen und hier hinten eine glaswand rein das ist gar nicht so eine schlechte idee ich habe mal wieder vollgekrustet das inventar so wie ihr schauen könnt deswegen mache ich jetzt erst mal hier weg den machen wieder den da kann ich stehen ja auch um enden so oder in denen hier habe ich das hier vor was kann man so machen das können wir so machen wie hoch ist das hier 5 das ist null das ist 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 es gibt es rüber übrigens der opa spielt wenn gerade seine musik im hintergrund läuft hat mir einen namen gegeben einen namen schaut uns natürlich etwas komisch aus schaut etwas komisch aus wie machen wir das jetzt ich kann das natürlich einfach nur dann auch so machen gar nicht mal so schlechte idee mache ich einfach hier so aufrecht ich glaube da sind die aber auch alle hier sind die alle 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 erstmal kurz das fazit hier und ich guck mal hier geht's raus guck mal ob wir hinten noch ein bisschen hals haben nur eichenholz hier ist noch fichtenholz ich steuere erstmal mein inventar aus krusten was ich konnte nicht mehr brauchen das nicht nicht mille mehr der er so so die und das kommt das kommt mit das kommt das kommt das kommt alles klar machen erst mal den kranzer zu ende ja da überlege ich mir noch mal was ich glaube ich mach da auch hier drüben weil hier drüben ist auch wasser nämlich das auch mal weg okay das ist ein sehr interessantes lied was wie heißt porto weisen geht fünf minuten der wird aber schon besser porto weisen heißt das gute lied ist ein bisschen anstrengend erscheinlich für den ein oder anderen aber es wird doch schon besser so lieben freunde von heute ich tue jetzt mal den boden hier unten rausnehmen und setze mal den richtigen boden in kohle es wäre richtig schön wenn die dorfbohrner jetzt ja nicht irgendwie so gut hier das holz ringsrum dass die kein mist machen so schiebe ich die tante einmal rüber kann ich auch den anderen sind abbauen und so und zumal hier mal die kohle abbauen guck mal was mir rausbekommen kohle unter sagt homa aus leuchten wo es ist ist glaube ich schon nacht ich glaube schon nacht ich glaube schon nacht ich glaube schon nacht